Geldsysteme Allgemein Teil 1 Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vormorgen früh. Henry Ford Ich möchte mich dem nicht ganz anschließen. Ich denke, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir schon lange keines mehr. Stimmt, Geld- und Währungssysteme gibt es weltweit und alle zeigen dieselben Mechanismen auf. Viele Menschen glauben daher, Geld sei etwas Natürliches und vor allem etwas Erfolgreiches. Etwas, das die Menschen geschaffen und der Natur voraus haben. Ich sehe das anders. Ich sehe das nicht als Fortschritt an, auch wenn es Geld schon 5000 Jahre zu geben scheint. Anders als falsch verbreitet erschien Geld nicht überall zeitgleich und war nicht sofort flächendeckend verbreitet. Viele Menschen haben sich gegen seine Verwendung gewehrt. Es wurde meist aufgezwungen. Aber die Geschichte des Geldes ist hier nicht das Thema. Um das Verständnis von Geldsystemen zu erhöhen, habe ich bereits einige Beiträge veröffentlicht. Der Beitrag über die Wertverschiebung behandelte den essentiellen, wenn auch banal wirkenden Mechanismus, der Menschen das Geld entzieht. Die Beiträge zur Umverteilung sowie zum Regional- und Schwundgeld behandelten die am weitesten verbreiteten Mythen, mit denen Menschen glauben, einen Ausgleich schaffen zu können. In dieser kleinen Serie geht es um Geldsysteme im Allgemeinen. Um eine Visualisierung, einen Überblick, wie sie überhaupt funktionieren. Viele Erklärungen bleiben bei der Geldschöpfung und dem Zins stehen. Das ist jedoch nur ein Teil eines Geldsystems, der sich meist zu einem späteren Zeitpunkt in einem fortgeschrittenen Stadium der Geldverwendung entwickelt. Meine Erklärungen streifen diese Symptome nur ganz kurz und gehen auch nicht weiter auf die Details der Geldverteilung ein. Darüber gibt es ausreichend Material im Internet. Ich bleibe bei der Betrachtung des Gesamten, die oft aus den Augen verloren wird. Im Video werden dazu auch einige Tafeln gezeigt. Ich werde versuchen, sie so gut wie möglich für diejenigen zu beschreiben, die nur zuhören. Funktionsweise Geldsysteme funktionieren immer nach dem gleichen Schema. Solange Waren verkauft werden können, fließt das Geld. Und zwar langsam und gemächlich in immer die gleiche Richtung, auch wenn sich diese für kleine Geldmengen zeitweise kurzfristig umdreht. Und solange fast alle Teilnehmer das Märchen glauben, dass damit alle zu Wohlstand kommen können, wenn sie nur in der richtigen Art und Weise wirtschaften, wenn sie fleißig sind und hart arbeiten, tut das Geld genau das, was es soll. Was sie weniger sehen ist, dass in einem Geldsystem nur derjenige höher steigt, der anderen etwas wegnimmt. Gut ist derjenige, der den anderen dabei noch glauben macht, dass diesem sogar etwas Gutes widerfahren ist. Das bedeutet, die rücksichtsloseren, verlogeneren, verschlageneren, zäheren, die rücksichtsvolleren, die ehrlicheren Teilnehmer aus. Erfolgreich ist also vor allem derjenige, der am hemmungslosesten nur an sich selbst denkt und andere ausnutzt. Das ist leider keine neidvolle Phrase, sondern ein feststellbarer Fakt. Intelligenz und Bildung sind dabei zwar hilfreich, aber nicht unbedingt erforderlich. Über was hinweggetäuscht, wovon abgelenkt wird, sind diejenigen, welche sich am Ende des Feldes befinden und von denen kaum noch etwas zu holen ist. Sie stören das schöne Bild des glitzernden Luxus, nach dem gestrebt werden soll. Zum Schweigen wird gebracht, der darauf hinweist, dass Wachstum auf der einen Seite, Entzug auf der anderen Seite bedeutet. Schlagworte Permanentes Wachstum Für den Einzelnen drückt sich dieses so aus. Nehmen wir an, Sie haben in Ihrem Betrieb einen guten Arbeitstag. Sie haben bei der Produktion eine der besten Stückzahlen pro Tag erreicht. Sie haben als Finanzmakler ausgesprochen viele Abschlüsse von Dienstleistungsverträgen oder Versicherungsverträgen gemacht. Es war einfach ein guter Tag. Alles lief sogar besser als glatt. Doch der Tag ist noch nicht ganz zu Ende. Eigentlich könnte der Chef zufrieden sein. Doch anstatt zu sagen Ist gut für heute, mach locker. Oder gar Sie können nach Hause gehen, wenn Sie wollen. Was gelegentlich auch vorkommt. Meint er? Super gemacht, aber wir haben noch etwas Zeit. Da geht bestimmt noch einer. Für den nächsten Tag oder zumindest für die nächste absehbare Zeit wird erwartet, dass das Ergebnis wieder erreicht, gehalten oder sogar gesteigert wird. Sie haben das doch schon mal erreicht. Das schaffen Sie bestimmt wieder. Heißt es dann. Sie haben ja schon gezeigt, dass Sie das können. Wenn dieses Leistungspotenzial nicht mehr erreicht wird oder sogar ein Tiefpunkt folgt, der Mensch ist nicht jeden Tag gleich, heißt es irgendwann, Ihre Leistungen haben in letzter Zeit nachgelassen. Geben Sie sich ein bisschen mehr Mühe. Vielleicht folgt auch, Vielleicht folgt auch, so richtig zufrieden sind wir mit Ihren Leistungen nicht mehr. Der Druck steigt und so richtig zufrieden ist der Chef nie. Für ihn geht immer noch ein bisschen mehr. Entweder gleich oder Schritt für Schritt. Ein Genug gibt es nicht. Das ist das Prinzip des permanenten Wachstums, dem die Unternehmen folgen. Das Prinzip, auf welches der Kapitalismus baut. Und es ist das Prinzip, das gerade in diesem Moment an seine Grenzen stößt. Es gibt bereits Pläne, was danach geschehen wird. Keine Partei, kein Kanzler, keine Regierung wird es schaffen, sich aus der Logik dieses Systems zu befreien. Eine solche Hoffnung ist unrealistisch und jedes Versprechen dahingehend kann nur eine Worthülse sein. Der Wunschtraum wäre enormes permanentes Wirtschaftswachstum in allen Bereichen und allen Bundesländern und EU-Staaten, gleichzeitig angemessene Lohnsteigerungen. Schon beim Aussprechen dieser Wünsche wird klar, dass das nicht real sein kann. Wirtschaftswachstum generiert sich aus vermehrtem Umsatz. Wenn nun die Wirtschaft wachsen soll, braucht es entweder mehr Produktion, weil ja mehr verkauft werden soll. Also braucht es mehr Ressourcen aus der Umwelt. Zum Beispiel Erdöl, Erze, Agrarerzeugnisse oder was auch immer. Und auch mehr Arbeitszeit. Oder es braucht höhere Preise für mehr Gewinn, das zu mehr Kapital werden kann. Richtig, Kapital ist nicht nur das Geld, sondern es sind auch andere Ressourcen, die mit mehr Gewinn angekauft werden können, womit wir Kapital erneut auf Geld reduzieren können. Dabei dürfen Produktionskosten aber nicht oder nur unwesentlich steigen. Das heißt schon mal, dass die Lohnkosten nur geringfügig steigen dürfen. Damit ist es nur schwer möglich, Unternehmer wie Arbeiter gleichzeitig zufriedenzustellen. Und natürlich kann nicht jeder der Reichste sein. Viele wollen das auch gar nicht. Sie wollen vor allem nur leben. Was den Anhängern der aktuell herrschenden Marktwirtschaft gar nicht passt. Diese wollen Konkurrenz und den Kampf. Dennoch gibt es sehr viele dieser Menschen, die eher den Erhalt des aktuellen Lebens anstreben. Wenn die Löhne nicht mit den Preisen steigen, wird das deutlich erschwert. Wenn aber die Wirtschaft wachsen soll, braucht es Absatzmärkte. Das bedeutet Menschen, welche sich mit ihrem Einkommen die Preise leisten können. Lohnarbeiter sind übrigens der größte Absatzmarkt, wenn auch mit relativ niedrigen Preisen. Von gesättigten Märkten spricht man, wenn es kaum noch Produkte gibt, für welche die Menschen Geld ausgeben. Nähern sich Märkte der Sättigung, also kann fast nichts mehr verkauft werden, beginnt das System zu zerbrechen. Die kritischen Stimmen werden mehr und damit lauter, Prügelknaben werden gesucht. Einigen ist klar, das System kann nur durch eine Erweiterung, eine Vergrößerung mit neuen Absatzmärkten stabilisiert werden. Und je größer das Geldsystem ist, desto größer müssen die neuen Absatzmärkte sein. Diese werden entweder mit Zwang oder falschen Versprechen eingebunden, bis auch diese wieder einbrechen. Und wie vielleicht bekannt ist, sind wir inzwischen beim Weltmarkt angekommen. Und das globale Geldsystem, das zwar verschiedene Währungssysteme beherbergt, diese aber den gleichen Rahmen haben, nach den gleichen Prinzipien und Mechanismen funktioniert, beginnt zusammenzubrechen. Viele hoffen auf ein neues Geldsystem, das die Lösung für alle bringt. Anderen wiederum sind alle anderen ziemlich egal. Sie begründen ihren Egoismus mal mit Darwins Lehre der natürlichen Auslese, die eben auch hier gelten soll, Sozialdarwinismus, oder mit der Überbevölkerung oder mit anderen Ausreden für ihr asoziales Verhalten. Der Mittelstand Ein weiteres Schlagwort, das immer wieder zu hören ist. Die Rettung des Mittelstands Die Ausdünnung des Mittelstands ist ein Resultat der Geldlogik. Kein Politiker der Welt wird dieses Versprechen halten können. Wer ein solches gibt, hat entweder keine Ahnung, wovon er redet, oder er lügt absichtlich. Ein Dazwischen kann ich mir nicht vorstellen. Auf die Logik, die Mechanismen und Prinzipien gehen wir im nächsten Teil konkret ein. Zunächst bedanke ich mich fürs Zuhören. Zuhören, Untertitelung des ZDF, 2020